Moin Trader und herzlich willkommen zur 1163 Rohstoff-Tagesausgabe der Informationsdata am Dienstag, dem 3. Mai 2016 und Freunde Sportnachricht des Tages kommt aus England, wo ich vermute Gary Lineker gerade dabei ist seine Sonntagsunterhose in die Reinigung zu bringen für die ganz Jungen unter ihnen, wenn sie Gary Lineker nicht kennen. Der Mann ist ein sehr erfolgreicher ehemaliger englischer Fußball-Nationalspieler, Stürmer seines Zeichens und mittlerweile ein mindestens genauso erfolgreicher Fernsehmoderator in Sachen Sport, der seine eigene Sendung hat. Der hat im Dezember letzten Jahres relativ unbedacht gesagt, falls Leicester City englischer Meister werden sollte, würde er in Sack hohen Unterhose moderieren. Raten Sie mal, Leicester City ist völlig überraschend englischer Meister geworden, unter anderem mit Robert Huth, erinnert sich noch an den Mann, ehemaliger deutscher Fußball-Nationalspieler und oh liebe österreichische Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt Mut zu Lücke. Christian Fuchs heißt er mit dem Vornamen Christian, ich glaube ja auch, er ist englischer Meister geworden, Gratulation also auch nach Österreich, ich werde es mir angucken, wie Gary Lineker in Sack hohen Unterhose seine Sendung moderieren wird. Wir schauen auf die Rohstoffliste und sehen Gas plus 2,25, ansonsten alles rot, Gold geht noch mit minus 0,3, aber da unten zackertum ist dann schon ganz schön ordentlich. Palladium zwischenzeitlich über 3%, jetzt minus 2,66, Crude und Brand bei 2,3 bzw. 2,8 und Benzin richtig unter Druck mit 3,9%. Wir schauen auf UNG, ETF des Natsche Gas, meine Lieblings, es ist meine absolute Lieblingsgeschichte in Sachen Trading und zwar im Jahre 2009, das heißt wir waren hier irgendwo 2010, das war Oktober 2009, ja wir waren irgendwie bei 80 Dollar, ich kann mich nicht daran erinnern, das kommt schon hin, hat jemand, der gerade versucht hat das Trading zu lernen, es nicht hinbekommen hat, hat mir erzählt, er hat jetzt, ich will es nicht falsch sagen, sehr großen Teil, ich glaube, dass er sogar zu mir gesagt hat, sein ganzes Geld, hätte er in ETF des Natsche Gas gesteckt, schließlich würde es ja von 500 Dollar kommen und es sei ja Gas und es würde gebraucht werden. Wo soll er es denn weiterhin fallen? Also, falls Sie das nächste Mal sich einen Bärenmarkt aussuchen, der immer weiter tiefere Hochs und tiefere Tiefs macht und Sie wollen es unbedingt kaufen, dann gucken Sie sich UNG an, von 500 auf 6 und wissen Sie was? Also ich übertreibe jetzt mal, aber man weiß ja nie, was passiert. Da sind hier noch 70% auf der Short-Seite theoretisch möglich. Spaß beiseite. Was uns, Formationsräder, aufgefallen ist, ich sage ganz bewusst, uns, weil es nicht primär mir aufgefallen ist, sondern primär ist es Tom aufgefallen. Wir haben hier unten relativ viel Volumen gesehen. Volumen ist aber nicht alles. Also, schauen Sie, wir haben auch hier oben zum Beispiel viel Volumen gesehen, hier viel Volumen gesehen und dann gab es nochmal eine richtig starke bärische Welle. Volumen ist nicht alles. Der Chart kommt als erstes, Volumen kommt als zweites. Also, Sie müssen sich bitte klar machen, das kann hier alles auch eine Bärenflagge sein. Hier, Bärenflagge. Das ist die Stange, das ist die Hauptbewegung, das ist die konsolidierte Bewegung und dann gibt es nochmal einen nach unten. Die Tatsache, dass wir hier Volumen gesehen haben, unterstützt eben nicht diese Bärenflagge. Was ich Ihnen aber auch zeigen will, aus edukativer Sicht, und ich glaube, dass das für Sie ganz hilfreich ist, vielleicht das nächste Mal, einfach mal für sich selber. Also, wir schauen mal auf GDX, ETF des HUI. Ich muss da mal für einmal, wir machen das mal so. Geht das? So. Schauen Sie, der Markt ist gefallen, hat dann konsolidiert. Ist dann, bin ich da richtig? So, genau, ist gefallen. Dann hat er dann konsolidiert. In dieser Konsolidierung hatten wir mehr Volumen. Das habe ich Ihnen damals auch immer wieder gesagt. Leute, wir fallen. Im Fallen ist nicht so viel Volumen. Hier in der eher bärischen Konsolidierung, was wir hier sehen, kommt auf einmal mehr Volumen. Warten Sie, wenn ich es so mache, wird es deutlicher. So. Sehen Sie das? Hier ist weniger Volumen und dann kommt hier mehr Volumen. Wir haben gesagt, die Formation als solche ist bärisch. Das Volumen spricht für eine mögliche Bodenbildung. Wir müssen erst mal gucken, ob der hier drüber kommt oder nicht. Ansonsten kann es noch tiefer gehen. Es geht tiefer. Volumen kam schon Oktober 2014 rein. Und der Markt hat dann nochmals in der nächsten bärischen Konsolidierung noch mehr Volumen gesehen. Im Vergleich zu hier. Und erst dann ging der Markt nach oben. Also, der langen Rede kurzer Sinn. Nur weil Volumen jetzt bei Gas reinkommt, muss es nicht so sein, dass wir jetzt den Bärenmarkt beenden werden. Es ist ein erstes Zeichen. Beachten wir. Und falls es sich hier eine Formation ergibt, dann täten wir es. Und wir verpassen auch gerne die ersten 50%. Was wir brauchen, ist ein eindeutiges und klares Setup. Das sehen wir zumindest jetzt aktuell noch nicht. Gut. Dann zu Gold. Gold hatten wir gesagt. Der Markt hat, zeige ich Ihnen gerne nochmal, über die Woche einen Ausbruch geschafft. Nämlich per Wochenschlusskurs oberhalb der Zone bei 12,60 zu schließen. Und dass wir hier gleichzeitig im Bereich einer Widerstandszone sind. Diese blaue Linie. Und im Bereich einer psychologischen Widerstandsmarke. Und dass es unwahrscheinlich ist, dass die Bullen kurzfristig über die 1.300 drüber gehen sollten. Diese Analyse hat gestimmt. Denn sowohl gestern als auch heute scheitert der Markt im Bereich der 1.300. Gleichzeitig hatte ich Ihnen gesagt, also ganz spekulativ gedacht, ist die Zone um 85 bis 80 bereits eine erste Unterstützung, damit der Markt wieder in Richtung 1.300 läuft. Finde ich vom Chancen-Risiko-Verhältnis schwierig. Interessanter wird es dann eher um die 12,70 und richtig interessant wird es dann um die 12,60. Zumindest wieder in Richtung 1.300. Und mit dem, was wir über die Woche sehen, ist eine Fortsetzung in Richtung der 200-Wochen-Linie aktuell im Bereich von 13,23, 13,30 wahrscheinlicher. Das ist das, was wir aktuell sehen können. Und deswegen muss jeder für sich selber entscheiden. Ich hätte noch gesagt, wenn Sie jetzt ultra kurzfristiger Trader sind und wissen, wie Sie traden können, können Sie auch hier von 13,100 kurzfristig was runter traden. Muss man aber wissen, was man macht. Weil es nämlich eine psychologische Marke ist und weil diese Linie da ist. Und wenn Sie meinen, dass Sie 12,80 für sich selber auf der Longseite traden können, wunderbar. Ich persönlich interessiere mich da für andere Marken. Dann hatten wir miteinander über Brand gesprochen. Und bei Brand hatte ich Ihnen gesagt, bitte sich darüber im Klaren sein. Das hatte ich Ihnen gesagt, bevor ich nach Berlin gefahren bin die Woche. Dass wir hier einen Aufwärtstrend haben und dass wir hier im Bereich der horizontalen Marke um 48,60 bis 50 eine horizontale Zone haben. Unterstützung, 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 Unterstützung weggebrochen. Plus wir haben natürlich die runde psychologische 50 Dollar Marke. So, dazu hatten wir hier Unterstützung, Unterstützung nach oben kopiert. Wenn Sie sich wundern, warum diese Linie nicht passt. Ich habe das nicht im Full Future gezeichnet, sondern im Juli-Kontrakt. Ich kann Ihnen beim nächsten Mal den Juli-Kontrakt zeigen. Ich hatte Ihnen gesagt, hier oben ist also potenzieller Widerstand, falls ich hier eine Trendumkehr andeuten sollte. Und das tat es auch, ich finde hinterher es zu zeigen gilt nicht. Hinterher kann immer jeder. Also es hat sich eine Keil-Formation gebildet. Wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich das geshortet habe. Nö, habe ich nicht. Warum habe ich das nicht geshortet? Weil wir bei unserer Trigger-Liste und ich für mich selbst den S&P 500 Short sind. Wir haben noch eine Short-Position bei Fuchs Petrolup ebenfalls eine Short-Position. Und ich habe noch eine eigene Short-Position bei einer US-amerikanischen Aktie. Und die sind alle miteinander in eine Richtung korreliert. Und Brand und Crude sind ebenfalls aktuell sehr stark korreliert mit den Märkten. Und dann habe ich ein Klumpenrisiko. Und deswegen wollte ich das nicht traden. So, wir hatten gesagt, falls der Markt hier scheitert, horizontal. Hier untergeordnete Unterstützung. Untergeordneter Widerstand. Dann wieder Unterstützung. 44,25 plus 200-Tage-Linie plus 25-Tage-Linie ist eine Unterstützungszone. Von hier aus kann der Markt nochmal eine Gegenbewegung machen. Wir kriegen eine Verkaufsformation in der Stochastik. Momentum kommt zurück. In der Woche sieht es aber noch nicht nach Schwäche aus. Der Markt hat von hier aus Potenzial, über die kleinere Zeiteinheit irgendeine Trendumkehr zu bilden. Und dann nochmal in Richtung 48 Dollar zu laufen. Wenn er sofort da drunter fallen sollte, nachhaltig per Tagesschlusskurs, wäre es ein Zeichen von Schwäche. Dann ist wirklich und tatsächlich aktiviert worden, die untere Begrenzung dieses Trendkanals im Bereich von 42 US-Dollar. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, wir haben heute Abend noch eine Devisenausgabe für Sie. Dann wird Tom für Sie da sein. Morgen schauen wir auf den DAX, wir schauen auf Einzelwerte und dann ist auch Silvio für Sie da mit einer neuen Ausgabe zum S&P 500. Was habe ich Ihnen noch nicht gesagt? Na klar. Leute, das ist völlig wurscht. Das ist Ohrenspitzen. Ganz wichtig. Ihr könnt 5 Trades in den Sand setzen. 6, 7, 8, 9, 10. Solange euer Risiko passt. Selbst wenn ihr 10 mal einen Trade in den Sand setzt, aber ihr versteht, was Risikomanagement und was Moneymanagement ist und ihr versteht, wie man so etwas berechnet und damit arbeitet, ist es überhaupt nicht schlimm. Aber sowas von gar nicht schlimm. Aber eine einzige Position, die gegen einen läuft und man kauft unsystematisch nach und kauft unsystematisch nach und kauft unsystematisch nach, das reicht schon, um ein Depot komplett zu zerstören. Und deswegen, Freunde, risikobewusst. Kleines Risiko und kleines Risiko geht immer nur dann, wenn es einen Stop-Loss gibt, damit man automatisch rausgekegelt wird. Und darum, traden Sie bitte, wann immer Sie traden, risikobewusst und bitte immer mit einem Stop-Loss. Bleibt mir nur noch eins. Mein Name ist Hamid Asnashari und selbstverständlich und wie immer und vom Herzen wünsche ich Ihnen, dass Sie hoffentlich alle, 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 alle sowas von gesund bleiben. Und wenn Sie es nicht sind, ich wünsche Ihnen noch viel, viel, viel mehr, dass Sie hoffentlich bald genießen werden. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationsdretern noch bitte gewogen.